Ja, herzlich willkommen hier zur 30 Minuten WG von Stern und Penguin Random House hier auf der Frankfurter Buchmesse. Mein Name ist Nikolas Büchse, ich bin Ressortleiter beim Stern, leite dort das Ressort Crime. Ich freue mich auf meine beiden Kurzzeit-Mitbewohner hier auf der Buchmesse. Wir haben hier die beiden österreichischen Autoren Bernhard Eichinger und Jan Beck. Wir werden mal ausprobieren, ob wir zusammenpassen auf kurzem Raum in kurzer Zeit hier in unserer WG. Beide hier schreiben erfolgreiche und hervorragende Krimis. Von Jan Beck ist gerade die Nacht erschienen, von Bernhard Eichinger gegen Licht. Und ich frage mich, ich sitze hier mit zwei Autoren und will wissen, ob ich mit ihnen in einer Kurzzeit-WG zusammenleben kann. Kann man mit Schriftstellern überhaupt in einer WG zusammenleben? Sind sie WG-tauglich? Ich glaube grundsätzlich schon. Also wir sind ja keine Unmenschen und wir vertragen uns ja auch untereinander sehr gut. Gerade die Kriminalschriftsteller haben ja eine sehr lebhafte und sehr warmherzige Community. Und unsere Treffen sind ja legendär. Wir treffen uns über das Syndikat und so eine Kriminalschriftsteller-Vereinigung einmal im Jahr, wo wir eine Stadt heimsuchen und alles austrinken, was sie uns zu bieten haben. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall WG-tauglich. Wie es für Literaten, also ernsthaft Literaten sich verhält, mag ganz anders sein. Aber Krimischriftsteller, glaube ich, sind sehr, sehr WG-tauglich. Aber Herr Eichinger, so ein Tagesablauf eines Schriftstellers, der sieht ja wahrscheinlich viel Ruhe vor. Das heißt, in einer WG, wo es dann immer etwas lauter werden kann, sind doch Schriftsteller eigentlich wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Ja, ich bin vom Typ her so, dass ich zu Hause das Büro habe und die Tür steht immer offen. Also es ist lustigerweise so, dass ich das liebe, wenn rund um mich viel passiert. Ich setze mir ein Kopfhörer auf und schreibe dann. Aber ich bin sehr, sehr gerne unter Leuten. Also von dem her total WG-tauglich. Ja, Sie beide, das ist ja auch eine Gemeinsamkeit, über die wir schon vorhin geredet haben, Sie beide leben und arbeiten in Innsbruck. Und da frage ich mich, Sie beide schreiben Krimis, dunkle Geschichten, beide aus Innsbruck. Was ist los in dieser Stadt? Also es heißt ja, in den Ecken oder Städten, wo es sehr, sehr wenig passiert, was Verbrechen betrifft, da ist die Sehnsucht nach dem Verbrechen, nach Geschichten über das Verbrechen besonders groß. Und ich glaube, so verhält es sich auch hier. Das, was man nicht hat, mit dem beschäftigt man sich sehr gerne. Und Innsbruck und Tirol, glaube ich, ist ein recht beschauliches, überschaubarer Schauplatz, wo normalerweise jetzt nicht die großen Verbrechen an der Tagesordnung stehen. Und umso freier und auch frei von aktuellem Geschehen kann man sich mit solchen Geschichten dann beschäftigen, die vielleicht ganz woanders normalerweise passieren würden. Also je weniger Verbrechen vielleicht, desto größer die Lust, sich mit dem Verbrechen zu beschäftigen. Ja, das klingt interessant. Ja, aber dass das Böse überall zu Hause ist, dass wir ja alle nicht nur gut sind oder dass jeder, ich sage ja immer, dass jeder zu einem Ort fähig wäre und das ist ja dann eigentlich völlig egal wo. Also bei mir war es damals auch bei der Totenfrau die Entscheidung, das Buch auch in Innsbruck spielen zu lassen, weil ich sagte, warum nicht in Innsbruck und auch bei uns gibt es, ja, es sind alle zu allem fähig und zwischen den Bergen oder vielleicht gerade dort, wenn es irgendwo besonders schön ist, ist es dann vielleicht umso spannender, wenn man das Dunkle im Licht ansieht. Also das ist spannend für mich. Sie kommen auch, Ihre Helden, wir lassen Sie auch nach Innsbruck reisen. Im aktuellen Buch ist es der Held Ihrer Krimireihe, David Bronski, der aus Berlin wieder zurückkehrt für einen Fall. Könnten Sie mir, David Bronski, ein bisschen erklären, wäre der WG-tauglich? Mein Held ist Pressefotograf, also Blutfotograf. Er arbeitet für eine große Zeitung, ist zuständig für Mord, Totschlag, Unfälle, Brände, Naturkatastrophen. Also er umgibt sich, er lebt eigentlich in der Dunkelheit. Er ist mit dem Tod mehr, also praktisch er ist dem Tod sehr, sehr nahe. Und er ist ein Einzelgänger, er ist nicht WG-tauglich. Also der Wund auch alleine, seine Frau hat sich umgebracht, ist in Berlin von einem Hochhaus gesprungen. Er ist ein sehr trauriger Mensch eigentlich. Ich als Autor habe ihm wahnsinnig viel angetan, habe ihn durch die Hölle geschickt in seiner Vorgeschichte und meine Aufgabe ist es jetzt von Buch zu Buch ein bisschen wieder ins Licht zu führen und ihm ein bisschen das Glück zurückzugeben, das ich ihm als Autor genommen habe. Aber er lebt allein und findet aber im Buch 1 schon die Liebe. Das ist mir immer ganz wichtig, dass auch Liebe in meinen Krimis und Zwillern vorkommt, vorkommen darf. Und weil Liebe und Tod eigentlich die großen Themen sind in der Literatur, im Leben. Und deshalb findet er auch das Glück. War Ihnen die Idee für diese Figur, für diese tragische oder auch manchmal tragikomische Figur entstanden? Ich bin ja selbst auch Fotograf, habe 25 Jahre als Fotograf gearbeitet und war von 1996 bis 2001 für eine große österreichische Tageszeitung als Pressefotograf unterwegs. 60, 70 Stunden in der Woche Adrenalinrausch eigentlich immer auf der Jagd nach dem besten Bild. Und diesen Beruf wollte ich irgendwann einem meiner Helden auf den Leib schreiben und das habe ich jetzt getan. Also er hat zwar im Ressort Polizeifotografie seine Heimat gefunden, was ich damals nicht dauerhaft machen wollte. Also ich war zuständig für schon Chronik, aber auch Sport, Kultur und so weiter. Also gute Mischung. Aber es hat eben Leute damals gegeben, die wirklich nur diese Blutfotografen, die nur das gemacht haben. Und ich habe mir damals immer gedacht, wenn man zum Beispiel dann nach einem Mordfall, nach einem Mord allein bei den Angehörigen des Opfers zu Hause sitzt und die bieten muss, damals musste ich die Leute bieten, irgendwie gibt es nicht ein Foto von dem ermordeten Kind. Und das waren schon schreckliche Gefühle damals, also für mich. Und es war klar, das möchte ich nicht mein ganzes Leben lang machen, aber meinen Helden lasse ich das tun, seit über 20 Jahren. Und das macht natürlich was mit einem Menschen. Sie haben gehört, nicht wie gut getaugt sich ist, David Bronski. Bei Ihnen, Herr Beck, bin ich mir auch nicht so sicher. Sie haben in Ihrer Reihe, haben Sie da Leiden und Rätseln, wir haben mit zwei Protagonisten, zwei Helden sozusagen. Also der Europol-Ermittlerin Inga Björk und dann den ehemaligen Ermittler Christian Brandt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die WG-tauglich sind. Können Sie sich mit uns ein bisschen über die Figuren erzählen? Also Inga Björk würde ich nicht unbedingt als WG-tauglich beschreiben. Sie hat eine sehr illustre Vorgeschichte. Sie war lange Zeit ein Tattoo-Model, auch in London, eine gebürtige Schwedin. Und sie hat so eine spezielle Fähigkeit, sie kann sich Gesichter merken und das nennt sich Super-Recognizer, die auch zur Auswertung von Kamerabildern dann verwendet werden und das besser machen als jeder Computer das könnte. Sie hat eine sehr illustre Vorgeschichte, ist auch schon zehn Jahre älter als Christian Brandt. Und sie ist so diese nordisch-kühle Frau mit viel Lebenserfahrung und vielleicht auch gewissen Frustrationen in ihrem Leben, die sie zu einem verschlossenen Wesen machen. Insofern wahrscheinlich nur sehr, sehr bedingt WG-tauglich, wenn überhaupt. Und Christian Brandt ist grundsätzlich auch kein Teamplayer. Christian Brandt ist Ex-Spezialeinheitsbeamter. Der hat gearbeitet in der österreichischen Cobra, nennt sich das bei uns, oder deutsche GSG 9. Und der hat sehr oft über das Ziel hinausgeschossen, wenn man so will. Der hat eigenmächtig gehandelt. Wenn er gesehen hat, eine Situation ist zu klären, indem ich jetzt handle, dann mache ich das einfach. Und insofern handelt er sehr oft eigenimpulsiv aus sich heraus, aus seinem Gutdünken heraus, was ihn schließlich auch aus der Cobra rausfallen lässt. Und insofern, vielleicht ist er ein guter Kumpel. Also er ist, glaube ich, schon ein umgänglicher Mensch, aber wehe, wenn ihm quasi was nicht oder gegen den Strich gehen würde, dann würde es wahrscheinlich anders aussehen. Insofern, man kann alle Leute, glaube ich, zusammen färschen, aber man muss es nicht unbedingt tun. Ja, also die drei Protagonisten, von denen wir geredet haben, wäre auch ein Kriminalfall wahrscheinlich, wenn die eine WG machen würden, oder? Möglicherweise. Wie sind Sie auf diese Figuren gekommen? Was hat Sie fasziniert an zwei Protagonisten und an diesem Spiel mit den Unterschieden? Also mein Herangehen war, ich wollte dieses Fight Fire with Fire, also so quasi ganz kranke Taten, die wirklich brutal auch sind und blutig, von einem Team bekämpfen zu lassen, das für sich genommen lebensfähig und nicht einzusperren ist sozusagen. Also die können ihr Leben leben und haben ihre Stärken und Schwächen. Zusammen sind sie dann dieses Feuer, das das andere Feuer bekämpfen kann. Er als der Mann fürs Grobe, fürs Schnelle und sie als die analytische, die Frau, die einfach einen Blick für die Details hat, die auch das Ermittlerische die Gabe hat und ihn quasi heranführen kann an diese Situationen, wo dann der Fall zu klären ist. Und ich glaube, gerade dieses Zusammenwirken zwischen zwei Personen, die zusammen zu diesem Feuer werden, war für mich das Spannende. Ja, Sie sind auch sehr weit gegangen für diese Krimi-Reihe. Sie haben einen Mord begangen und zwar den Mord an Ihren eigenen Namen, um diese Reihe zu schreiben. Sie schreiben unter Pseudonym, warum? Genau, ich heiße eigentlich Johann Fischler, mein Pseudonym, mein erstes Wort Joe Fischler, mit dem habe ich auch Alpenkrimis geschrieben. Und für mich war dann schon länger klar, ich wollte ja auch mal einen Thriller schreiben. Und wenn ich das mache, dann macht es auch Sinn, so einen gewissen Neustart zu wagen, weil die Alpenkrimis oder mein bisheriger Name mit einer gewissen Erwartungshaltung verbunden war. Also die Leute wollten, oder ich wollte den Leuten nicht zumuten, die meine humorvollen Sachen kennen, dass sie jetzt plötzlich ein ganz blutiges Buch bekommen. Und das hat auch für alle Beteiligten den meisten Sinn ergeben, gedanklich einfach neu zu starten. Ein schönes Pseudonym sich zu suchen, das sich zusammensetzt aus Johann, alias Jan, wenn man so will, wenn man es ultimativ verkürzt. Und dem Nachnamen Beck und das hat mir eigentlich von Beginn an super gefallen und dem Verlag auch und dann war klar, dass wir es so machen wollen. Und das hat sich auch gut herausgestellt, weil ich auch beim Schreiben frei von Erwartungshaltungen in eine neue Rolle mich hineinbegeben kann und sagen kann, okay, jetzt mache ich Thriller und hat mir zumindest am Anfang sehr geholfen, auch dieses neue Kapitel aufzuschlagen. Das hat ja durchaus dann auch eine etwas tiefere psychologische Sache für Sie. Ja, vielleicht begründe ich es auch zu ausführlich. Vielleicht, vielleicht auch. Klingt jedenfalls gut. Herr Eichlinger, Ihre David-Bronsky-Reihe, die sticht heraus durch Ihre Sprache. Es ist sehr karg, lakonisch. Manchmal begegnen wir die dahingeworfenen Sätzen und dadurch erzeugen Sie eine ganz eigene Stimmung, die man sofort ausmachen kann und erkennen kann. Wie kamen Sie zu dieser Sprache und lag das wirklich an Ihrem Aufwachsen in einem engen Tal, wie ich einmal gelesen habe? Das enge Tal war bestimmt prägend in Osttirol. Ein kleines Dorf, links der Berg, rechts der Berg. Und die Menschen haben gerade, wenn man in die Täler hineingefahren ist, die Bauern sehr, sehr wenig gesprochen. Die haben mit wenigen Sätzen viel gesagt. Und das war für mich schon als Kind beeindruckend, wie diese Stille oder dieses Schweigen, wie kraftvoll das sein kann und wie viel man mit wenig Dingen ausdrücken kann. Und beim Schreiben war es immer so, dass ich dann, als ich begonnen habe, die Reduktion gesucht habe. Mit wenig Worten, mit kurzen Sätzen große Bilder zu schaffen. Und die Fotografie, die mich begleitet hat, auch in den letzten 20 Jahren, die parallel zum Schreiben immer stattgefunden hat, hat bestimmt auch die Sprache geprägt. Also dieses sehr bildhafte Schreiben, viele Bilder aneinander gefügt, schnelle, kurze, knappe Sätze. Ich wollte immer Bücher schreiben, die wie ein Film sind. Also man beginnt, man schaut da rein, man beginnt zu lesen und man ist in dieser Bilderwelt und wird getragen davon. Und dieser Ton, ich wollte immer so ein bisschen meinen eigenen Ton finden und so ein bisschen Sound. Ich habe beim Schreiben auch, ich höre das dann immer und den Rhythmus. Und das ist etwas, was mir große Freude macht, das zu entwickeln. Und auf der anderen Seite eben die Prosa und auf der anderen Seite diese Dialoge. Also ich liebe es, Dialoge zu schreiben und das halbe Buch ist auch in Dialogform geschrieben. Es ist immer alternierend ein Prosa-Kapitel und dann ein Dialogkapitel, in dem zwei Menschen sprechen. Ich komme dann auch ohne Erzähler aus. Also es ist dann nicht so, dass es heißt, sagte er, sagte sie, kratzte sich am Öhrchen und dachte an, sondern Ping-Pong und da wird der Leser, die Leserin wirklich hineingezogen in diese Szene. Man sitzt mit den Leuten am Tisch und das macht auch Tempo. Und das Tempo ist mir sehr, sehr wichtig, dass es den Speed hat. Ich sage immer, ich möchte gerne meine Leserinnen auf ein Pferd setzen und ich klopfe dem Pferd dann am Arsch. Und das Pferd reitet mit dir durch das Buch und du kannst nicht absteigen, bis die Leserseite gelesen ist. Also das wäre der Plan. Ja. Um bei diesem Bild zu bleiben vom Pferd. Bei Ihnen, könnte man sagen, sitzt man oft auf vielen Pferden. Sie arbeiten sehr stark mit Perspektivwechsel, schnellem Perspektivwechsel und das ist das Kennzeichen Ihrer Bücher. Das finde ich sehr bewundernswert auch, dass Sie es schaffen, immer wieder eine andere Sprache zu schaffen, die natürlich auch den Protagonisten dann widerspiegelt. Wie gehen Sie dabei vor? Für mich war es schon eine Herausforderung natürlich vom alten Krimi und vom Krimi, also ich habe so eine Reihe, den Arno-Bussi-Krimi, der sehr stark österreichisch sprachlich zentriert ist. Das war schon für mich ein großer Sprung dann von diesem sprachlich gewichteten Buch zu einer standarddeutschen Fridler-Sprache zu kommen. Also quasi da diese und war für mich aber auch eine große Herausforderung und auch eine sportliche Herausforderung, wenn man so will, in beiden Genres oder Teilbereichen authentisch rüber zu kommen. Sowohl als österreichischer, humorvoller Krimi-Autor, der auch mal eine österreichische Sprache verwendet, als auch als Autor von europäischen Frillern, die natürlich einen größtmöglichen räumlichen Umkreis ziehen. Und in diesem habe ich nochmal versucht, eben mit diesen Perspektiven die Welt durch möglichst oder diese Fälle durch möglichst viele Augen betrachten zu lassen. Und da ist es natürlich klar, wenn ich einen personalen Erzähler bei diesen Perspektiven auch verwende, dass ich nicht einen Siebenjährigen gleichreden lassen kann wie einen 50-Jährigen und eine Täterin, die total psychologisch oder die totale Psychopathin ist, gleichreden lassen kann wie einen Ermittler oder wie jemanden, der eigentlich eine positive Rolle spielen soll. Und genau darin liegt auch für mich der Reiz, einfach immer wieder diese neue Perspektive einzunehmen, die Welt durch neue Augen zu betrachten. Und wenn das gelingt und das auch innerhalb dieses Buches dann authentisch rüberkommt, ist für mich eigentlich die Arbeit gut zu Ende gegangen und die Bestätigung des Weges. Und mir macht es irrsinnig Spaß einfach, möglichst viele Perspektiven einzunehmen, ohne zu verwirren und die Perspektiven am Ende dann so zu verweben, dass es ein sinnvolles Ganzes ergibt. Ja, ich glaube, ich traue mich das jetzt mal, als Deutscher zwei Österreicher zu fragen. In ihren Krimis, meine ich, zu erkennen, auch so ein bisschen immer diese österreichische Seele, so ein bisschen Schwermut, so ein bisschen Melancholie, deute ich da was rein? Oder kann man sagen, dass da auch etwas Österreichisches in diesen Krimis ist? Nein. Nein. Also natürlich, ich bin Österreicher, aber ich bin deutschsprachiger Autor und ich habe alles, was da passiert, deswegen spielt er auch in Berlin und in Tirol, aber ich glaube, was man den Österreichern nachsagt oder speziell den Wienern, dass sie diese schwarze Seele haben und einen schwarzen Humor haben, ich glaube, man sagt das in der Nacht den Österreichern, dass sie das da reinpacken, aber ich glaube nicht. Es muss funktionieren, es muss für alle funktionieren, für alle Leserinnen, egal ob sie jetzt aus der Schweiz sind oder in Gelsenkirchen leben, dass man eintaucht. Ich glaube, wichtig ist es, dass man die Figuren spürt, dass man, oder mir ist es sehr wichtig, dass es sehr emotional ist, dass man, ja, vielleicht, dass man einfach mit den Figuren mitgeht, dass man sie mag, dass man sie gern begleitet und wo sie herkommen oder welchen Hintergrund, ich glaube, sie müssen spürbar sein. Ja. Also würde ich mich anschließen. Also ich glaube, es bringt jetzt nichts, da irgendwie als Österreicher mit einer österreichischen, mit irgendeinem Schwermut oder irgendwie dann auf diesen Markt zuzugehen oder auf die Leserinnen und Leser zuzugehen. Ich für mich kann jetzt sagen, ich kann meinen Humor natürlich nicht komplett begraben und sagen, nur weil ich jetzt Thriller schreibe, kommt nie mehr was Humorvolles in diesen Büchern vor. Und ich glaube, zwischen den Zeilen und in dem Verhalten zum Beispiel von Christian Brandt findet man schon auch österreichisch Humorvolles. Also er kommt schließlich auch aus Österreich, also in dieser Perspektive lasse ich auch das Österreichische zu. Aber wenn ich jetzt eine Figur kreiere, die ihre Wurzeln hier in Hamburg, in Frankfurt oder sonst wo hat, oder eben Inga Birk, die aus Schweden kommt, dann muss sie auch in ihre Rolle passen. Alles andere wäre ja komplett verkehrt. Ja. Warum erzählen Sie eigentlich Krimis? Also was wollen Sie erzählen? Krimis erzählen natürlich uns immer den Kampf von Gut gegen Böse. Sie sind natürlich Vehikel, aber auch für andere Geschichten, die man erzählen will. Wie sind Sie auf dieses Genre gekommen? Also bei mir war es so, dass ich, bevor ich 2010 begonnen habe, Krimis zu schreiben, vier nicht Krimis geschrieben habe, aber Spannung war mir immer schon wichtig. Also es wurde auch schon gestorben da drin und es war schon mir immer wichtig, dass ich fesseln möchte mit dem, was ich erzähle. Und Krimi hat sich ihm dann angeboten, weil ich selber leidenschaftlicher Krimi-Leser immer war, mit elf, glaube ich, alle Agatha Christie Krimis gelesen hatte und mir damals schon gedacht habe, spannend. Also Spannung ist etwas, was mich eigentlich antreibt, seit ich klein bin. Und auf den Zug aufzuspringen war ein großes Vergnügen und ist es nach wie vor, eben gut unterhalten zu wollen. Also das ist mein Ziel, dass sich Leserinnen und Leser, ich möchte gerne unterhalten und das fesseln und packen. Und wenn das gelingt, dass jemand beginnt zu lesen, die ganze Nacht durchliest und mir um 5 Uhr morgens ein E-Mail schreibt, ich konnte nicht schlafen, dann denke ich immer, yeah, also bitte mehr, mehr davon, mehr solcher E-Mail. Okay, okay, die Leute um den Schlaf bringen, Ihnen auch wahrscheinlich. Es ist natürlich schön, wenn man solche Komplimente bekommt oder eines der schönsten Komplimente, die ich mal bekommen habe, ist, ach, ich habe dann gesehen, dass das Buch langsam zu Ende ging und ich habe dann extra langsamer weitergelesen, damit ich noch länger was davon habe. Das ist eigentlich das Schönste, was man Schriftsteller sagen kann. Wobei das Schlimmste wäre, also man kann auch den Spieß umkennen oder es gibt zum Beispiel die Aussage auch bei den Regionalkrimis, und ach, da weiß ich immer genau, wo es spielt. Das sollte man eigentlich zum Schriftsteller nicht sagen, weil das kann jeder machen. Jeder kann Straßenschilder abmalen und so weiter. Warum Krimi? Ich habe auch gerne Krimis gelesen, immer schon. Für mich war ein Buch, ist gleich Krimi, früher als Leser. Und ich finde es auch ein sehr dankbares Format. Es gibt eine gewisse Struktur vor, es passiert was. Das Böse muss bekämpft werden und getilgt werden von der Welt und das Gute muss oder soll, in meinen Büchern jetzt zumindest einmal obsiegen. Ich finde es sehr spannend, mich in einem gewissen Rahmen bewegen zu können und mich dort voll auszutoben. Aber immer diese Leitlinien zu haben, innerhalb derer ich bleiben muss, das finde ich persönlich für mich als Person, als Mensch einfach eine große Herausforderung. Ich möchte aber, und ich bewundere jeden, der Literarisch schreibt, der Geschichten erzählt, die frei von Verbrechen, von Dingen sind, an denen man sich vielleicht auch in gewisser Weise festhält. Und ich sehe das als Anspruch, wenn mir die entsprechende Idee kommt, auch mal wirklich was Literarisches zu schreiben, wann aber die Muse mich küsst und wie das dann ausgeht und was es für eine Herausforderung bedeutet, ob ich das überhaupt schaffe, sei dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall was, was ich unbedingt mal machen möchte auch. Sie möchten weniger morden. Nee, also das würde ich nicht sagen. Wenn das Morden gut läuft, dann sollte man beim Morden bleiben, glaube ich. Dann sollte man nicht vom Pferd absteigen. Aber ich würde es schon spannend finden, auch mal ein Buch ohne Mord zu schreiben, weil es ja auch mit, jedes Buch hat mit Spannung zu tun. Auch ein Liebesroman hat sehr viel mit Spannung zu tun. Und ich glaube, man muss nicht immer Leute umbringen, man kann sie auch mal anders präsentieren. Aber man braucht die Geschichte, die man erzählen will und eine Botschaft natürlich. Und ich sehe das schon als Herausforderung, auch mal so was zu machen. Ja, Sie sind ja, oder hätten fast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Waren Ihre Eltern am Anfang sehr enttäuscht, dass Sie nicht Jurist geworden sind? Ach, die haben mal recht freie Hand gelassen. Also ich habe ja Jura studiert, fertig studiert und dann bin ich, weil ich jung war und das Geld brauchte, in die Bankenwelt gegangen, habe dort angefangen als Kundenbetreuer für Firmen und habe dann aber irgendwann gemerkt, Zahlen machen mir ja überhaupt keinen Spaß. Und ich war ja immer total schlecht in Mathematik und bin völlig falschen Weg eingeschlagen. Und ich habe ganz, ganz viele Hinweispfeile gebraucht. Und um drauf zu kommen, eigentlich geht es bei mir immer ums Schreiben. Ich habe beim Jurastudium am liebsten Konzepte oder Abhandlungen geschrieben. Meine Diplomarbeit war die große Stärke in meinem Jurastudium. Alles andere war jetzt eher so, so lala. Und in der Bank, was mir am liebsten ist, schreibe schöne Konzepte, wie die Zukunft ausschauen soll für diese Bank. Und weniger, was heißt das eigentlich konkret in Zahlen. Also da hat es mich auch schon immer Richtung Schriftsteller bzw. Schreiben getragen. Und als ich mich selbstständig gemacht habe 2007, war mal zuerst nur, dass ich einen Blog zu schreiben begonnen habe, um Kunden für meine damalige Unternehmensberatung zu bekommen. Plötzlich fängt dieser Blog von selber zu galoppieren an und zeigt mir, hey, eigentlich solltest du schreiben und nicht irgendwie irgendwelche Unternehmen beraten oder Bankenkunden betreuen. Und so habe ich ganz, ganz viele Hinweisschilder gebraucht, bis ich kapiert habe, eigentlich Jura ist nichts, Banken sind nichts, Zahlen sind nichts für mich, aber das Schreiben funktioniert. Die Leute lesen das gern und ich habe auch Fantasie, die ich in Geschichten verpacken kann. Und irgendwann habe ich dann diese Schwelle überschritten und ein Buch geschrieben und alles Weitere war dann so, dass ich sage, ich habe das Beste gefunden, was ich mir je vorstellen könnte und wo ich bis zu meinem Lebensende dabei bleiben will. Würden Sie sagen, dass Ihre Irrwege am Anfang, kann man sie ja jetzt nennen, dass Sie auch so ein bisschen, Sie beeinflussen beim Schreiben, dass Sie thematisch vielleicht beeinflusst werden, dass Sie, keine Ahnung, ein strukturierter Vorgehen, ich weiß es nicht, gibt es da... Strukturierter mag sein, dass ich vom Studium her halt gewisse Textmengen besser einschätzen kann. Gerade im Jurastudium geht es ja auch darum, dass man ganz viel Fakten zahlen und, nicht zahlen, aber gewisse Gesetze stellen und so weiter sich merken kann. Aber grundsätzlich hilft es natürlich, wenn man so eine gewisse Karriere aus Wendungen in seiner Vergangenheit drin hat und viele verschiedene Rollen schon erfüllt hat, weil man natürlich auch aus diesen Rollen raus erzählen kann und mehr Lebenserfahrung dann vielleicht auch mitbringt. Aber ja, das ist ein Nebeneffekt. Das war natürlich in keiner Weise gewollt, ist ein Glück in der Hinsicht. Ja, Herr Eichinger, dem ist schon erzählt, Pressefotograf war Ihr Job lange Zeit und das Foto beeinflusst auch Ihre Art zu schreiben. Das Herangehen an ein Bild, das Komponieren eines Romans ist dann auch für Sie ähnlich wie das Herangehen an ein Foto. Wie ist das bei Ihnen gekommen mit dem Schreiben? Haben Sie parallel dann hin und wieder geschrieben? Ich meine, so als ein Job als Pressefotografer ist ja wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja, also es war eigentlich schon mit 14 klar, ich möchte gerne Schriftsteller werden. Das war so der Traumberuf damals, nachdem ich mit neun Jahren wollte ich Priester werden, da hat meine Mutter damals gesagt, irgendwie lass das lieber. Und dann wollte ich mit 14 Schriftsteller werden, da hat sie immer noch gesagt, lass das lieber. Aber es war schon der Plan eigentlich immer. Und Gedichte geschrieben, Liebesgedichte, schreckliche Liebesgedichte mit 16, 17, 18. Sie haben keines, was Sie vortragen können? Nein, danke. Vorsingen. Aber ich bin ja immer dabei geblieben eigentlich und habe dann Germanistik studiert und bin dann während dem Studium in die Fotografie gekippt und habe eben, wie Sie sagen, nach 60, 70 Stunden Job am Abend dann meine Bücher geschrieben. Und das war aber notwendig, weil das Schreiben für mich eben tatsächlich eine Notwendigkeit ist, das Schaffen und das war immer mein Traum, das zu tun, tun zu dürfen. Und seit 2014, da gelang eben der Durchbruch mit der Totenfrau-Trilogie, kann und darf ich vom Schreiben leben. Und das Fotografieren ist nach wie vor wichtig. Dass ich es jetzt in dieser neuen Reihe rund um diesen Pressefotografen David Bronski zusammenführen kann, die Fotografie und das Schreiben, ist für mich sehr, sehr schön. Dass die Fotografie Platz findet im Buch und dass beide Berufe mehr oder weniger jetzt ineinander greifen. Das ist toll. Ja, das heißt, bei Ihnen beiden merke ich, ist das Schreiben oder Schreibprozess ist ein Prozess der Lust. Ein Lehrmeister in meiner Journalistenschule hat immer gesagt, Qualität kommt von Qual. Und Schreiben kann, wissen Sie natürlich auch, kann eine enorme Qual sein. Das war ein alter Mann wahrscheinlich, oder? Ein alter, weißer Mann, der so etwas sagt. Ich glaube, es muss schon, oder es ist ein Glücksfall, wenn man die Leidenschaft, die man, wenn man eine Leidenschaft trägt, oder? Wenn man was macht mit dem ganzen Herzblut, das man hat und wenn man alles da reinlegt und wenn das dann eine Freude macht, dann, glaube ich, kommt am Ende was Besseres dabei raus. Ich glaube, Qual ist schrecklich. Also, außer in den Krimis, wenn wir dann Leute quälen. Aber ansonsten ist es irgendwie nicht gut. Also, ich finde auch Schreiben, das habe ich jetzt gerade auch mal, Bernhard hat das auch mal gesagt, Schreiben ist wie eine Therapie teilweise auch. Also, für einen selber, mir bringt das irrsinnig viel Energie. Ich kann viel, viel reinstecken, viel aufarbeiten auch. Ich merke jeden Tag, wenn ich geschrieben habe, ein paar Stunden, mir geht es danach besser. Ich bin danach ein ausgeglichenerer, zufriedenerer Mensch. Und ich glaube, ohne Schreiben würde es auch anders ausschauen in meinem Leben. Also, ich brauche das unbedingt. Und egal, was mich ärgert den ganzen Tag über und was so an Wirren irgendwie in unseren Zeiten in der Welt ist, Schreiben befreit mich und gleicht mich komplett aus und macht Riesenspaß. Wobei es natürlich mühsam sein kann, wenn man die fünfte Überarbeitung eines Romans vor der Abgabe, wenn man dann durch ist, man fängt zum sechsten Mal dann wieder von vorn an. Also, es ist schon, man muss sehr diszipliniert sein. Und es gibt Tage, an denen man vielleicht weniger Lust hat, aber das ist in jedem Beruf so, denke ich mir, dass es leichte Tage gibt und schwere Tage gibt. Aber da muss man durch. Es gibt eine Abgabe und die sollte man einhalten. Und da ist diszipliniertes Arbeiten sehr, sehr wichtig. Und auch das Durchhaltevermögen. Und auch wenn man, ja, dass man einmal durchpeist und dass man, wenn einmal die Ideen vielleicht nicht so laut sind im Kopf, dass man irgendwie sie suchen geht und dass man sitzen bleibt. Und das ist schon manchmal sehr, sehr, kostet viel Kraft. Aber am Ende ist es beglückend. Ja, aber da habe ich mich bei Ihnen auch gerade gefragt. Sie liegen gerade in Ihrer Reihe. Der erste Band ist Anfang des Jahres erschienen. Jetzt der zweite Band. Der dritte erscheint wann? Am 22. März. Der 22. März ist jetzt gerade fertig. Das heißt, die Deadline haben Sie schon eingehalten. Ja, ja, ja. Das heißt, Sie sind, was ist mit Ihnen los? Sie schreiben ja am Laufen. Das heißt, Ihre Leser müssen gerade nicht langsamer lesen. Also es ist im Moment sehr schön, dass es so Schlag auf Schlag geht und möglich gemacht hat Corona, weil ich normalerweise 40, 50, 60 Lesungen im Jahr habe, viel unterwegs bin und eben in den letzten eineinhalb Jahren sehr, sehr viel zu Hause am Schreibtisch saß und die Möglichkeit wirklich genutzt habe und mehr geschrieben habe als jemals zuvor. Und eben zwei Bücher in diesem Jahr und bin da völlig reingekippt. Und das Schöne ist ja an einer Reihe, dass man die Figuren nicht gleich wieder gehen lassen muss nach einem Jahr. Also am Standalone, da verbringt man ein Jahr mit den Figuren und am Ende ist es manchmal, geht ja vielleicht auch so, dass man dann traurig ist, dass man die Figuren gehen lassen muss, aber bei einer Reihe, die bleiben. Und das ist für die Leserinnen und Leser vielleicht auch schön, denen immer wieder neu begegnen zu können. Aber für mich als Auto eben auch toll. Die Figuren gibt es, das Setting gibt es, bestimmte Dinge sind einfach da und dann kann man praktisch von einem Buch ins andere kippen beim Schreiben. Einen neuen Fall, also ein neues Verbrechen. Und ja, das ist... Ja, das heißt, Sie können Ihren David Bronski auch nicht so richtig loslassen. Nein, 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 der bleibt mir jetzt erhalten. Ja, und so geht es bei Ihnen natürlich auch. Ihre Protagonisten sind Ihnen wahrscheinlich auch ans Herz gewachsen. Ja, am Anfang nicht so, aber es geht immer mehr. Ach so, ach so. Sie sind ja ein sehr sperriges Pärchen, wenn man so will. Ja, klar. Und wo Sie eigentlich schauen müssen, wo Sie bleiben und am Leben bleiben und diesen Fall lösen. Und Sie kommen gar nicht dazu, großartig sich persönliche Verbindungen aufzubauen. Das ist im zweiten Fall dann schon ein bisschen besser. Aber es geht sehr, sehr zögerlich voran bei denen. Natürlich auch in gewisser Weise absichtlich, damit ich in Band 5 und 6 dann auch noch was zu erzählen habe. Aber ich hoffe, dass da die Ideen in dieser Hinsicht auch weiterhin bleiben. Ich bin am dritten dran. Der soll nächstes Jahr erscheinen. Ja. Und das ist immer wieder ein spannender Fall halt mit im Zentrum steht und diese zwei Protagonisten rundherum kreisen und sich dabei auch immer besser kennenlernen. Und genau das ist auch das Spannende, die Leute dann jahrelang, wie du gesagt hast, einfach zu begleiten, wiederzutreffen und zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Weil sie ein gewisses Eigenleben ja auch bekommen im Laufe der Jahre. Ja. Wie gehen Sie dann vor, wenn Sie die Weiterentwicklung planen? Oder ist das Planung oder ist das dann Eingebung? Wissen Sie schon, was danach in Folge 4 passieren könnte? Ich glaube, das Spannende ist, wenn man so eine Serie hat, dass man die Zeit mal laufen lassen kann, dass man sehen kann, was passiert in der Welt. Ja. Was sind die großen Veränderungen, die Dinge, die mich persönlich auch beschäftigen, die ich transportieren will. Und ich möchte mal diese Flexibilität ganz bewusst lassen, dass ich nicht weiß, was ich in fünf Jahren in einem Buch verarbeite und mal einfach lebe und meine Erfahrungen und mein Rundherum und meine Botschaften dann in den Fall rein stricke und hoffe, dass dann die entsprechende Idee natürlich auch kommt. Aber bisher war es so Holzklopfen. Ja. Es wird schon. Geht es bei Ihnen dann auch weiter mit der Reise? Auf alle Fälle, wie Jan Beck-Joe sagt, die Entwicklung der Figur natürlich auch. Die Liebe, die er gefunden hat, die Beziehung, in die er hineingegangen ist, hält sie. Was ist mit, also wie entwickelt sich das weiter? Und das ist schon sehr spannend, mit denen auch mitzualtern. Was ich sehr schön finde, dass die jetzt sieben Jahre lang gleich alt sind, wie es ja in manchen Reihen passiert, aber eben da mitzualtern und mitzuwachsen, sich mitzuentwickeln, mitzureifen, das ist spannend. Was in fünf Jahren ist, keine Ahnung, das ist so, wie das Leben halt so ist, man weiß es nicht, was kommt. Ja, eine letzte Frage, Sie beide in Innsbruck, Sie tauschen sich hin und wieder doch auch aus, wie ist das so von Krimiautor zu Krimiautor? Wir treffen uns natürlich bei diversen Gelegenheiten, wir sehen uns meistens ein paar Mal im Jahr, wahrscheinlich eher noch überregional, wenn wir mal wieder diese Kriminale haben zum Beispiel oder so wie hier in der Buchmesse. Und natürlich haben wir Themen, die uns beschäftigen. Es gibt einfach ein paar Themen, die immer wieder vorkommen in einem Schriftstellerleben und ich bin sehr froh, dass ich mit dem Bernhard jemanden habe, der da schon dementsprechende Erfahrungen und Erfolge gefeiert hat und wo ich dann auch immer dankbar bin um jeden Tipp, den ich von ihm bekomme. Ich sehe Ihnen immer auf Facebook, wir mit seinen Wanderstöcken doch den Wald trennen und denken, ach, der ist da hinten oben jetzt. Ja, ja, dann winken wir uns zu. Sehr gut. Ja, also von mir aus, nach diesem Gespräch muss ich sagen, ich finde, wir sollten gerne länger in eine WG ziehen als diese 30-Minuten-WG. Aber du musst die nächsten zwei Jahre abwaschen, weil du hast dreimal Herr Eichinger zu mir gesagt. Er muss abspülen. Oh nein, Entschuldigung. Dann spüle ich ab. Putzdienst. Nikolas, du hast Putzdienst. Genau, ich dachte, wir reden danach, wenn die Kamera aus ist, über den Putzdienst. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr im Namen vom Stern und Penguin Random House. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.